servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal der kaltflammensturm den ihr hier seht ist eines der neuen mounts aus patch 11.0.5 zum 20. geburtstag von world of warcraft um dieses mount zu bekommen müsst ihr ein meta achievement abschließen also mehrere kleine erfolge machen und in diesem video wollen wir uns schon mal angucken was ihr dafür tun müsst das sind jetzt bisher da ich auf dem ptr nicht spielen konnte die sag ich mal groben angaben in game gucken wir uns die aktivitäten auch noch mal an aber ich kann schon mal sagen das meiste ist eigentlich relativ selbsterklärend beziehungsweise sollte das nicht so schwer zu fassen sein wir legen auch direkt los wenn ihr nichts verpassen wollt an tipps tricks und so weiter dann sehr gerne den kanal abonnieren vielen dank dafür damit unterstützt ihr mich enorm und damit ja let's go ist ein sehr sehr schönes mount angelehnt an den alas asche phoenix zumindest hieß es blisse von blizzard so hier seht ihr das ding noch mal auf dem ptr und wenn wir jetzt hier reingehen in diese 20th anniversary belohnung dann sehen wir wir brauchen diesen erfolg hier cool 20 years dann bekommt man das mount könnt uns hier auch noch mal anschauen in diesem 3d viewer sieht man dann auch noch mal wie das ding fliegt beispielsweise also da könnt ihr ziemlich viel rumspielen und durch die ganzen animationen schon mal ansehen also alles in allem finde ich ein ganz cooles mount aber kommen wir zu den sachen die ihr benötigt insgesamt sind es acht erfolge die ihr abschließen müsst für coole 20 jahre der erste das habe ich ordnet während des reittierrausch ein reittier zu das haben wir schon gezeigt dieses event was da stattfindet da setzt sich ein npc also alle diese events finden in tanarus statt vor den höhlen der zeit da setzt sich dann npc auf einen mount ihr müsst gucken habe ich das auch wenn ja mounted auf setzt euch drauf dann kriegt ihr diesen erfolg modekritiker gibt beim moderausch eine stimme ab das ist ein event was einmal stündlich stattfindet immer um viertel nach wo die leute transmog machen können und ihr könnt da dann schleifen verteilen bis zu fünf stück an eure favorisierten spieler einfach einmal voten der gefolge er gehört euch bei beiden gibt es dann noch folge erfolge wo ihr noch mehr dafür tun müsst aber das sind die die ihr für den coole 20 jahre braucht wir haben haustier schabernack verwendet eine haustier verkleidung um die gestalt eures haustiers anzunehmen und erkundet den bereich dafür findet ihr dann auch in diesem ja event bereich einen npc wo ihr das ganze machen könnt also das geht sehr sehr einfach ballonfahrer fliegt mit einem der feierballons auch hier es stehen ballons zur verfügung mit denen ihr durch die gegend fliegen können tretet einem bei und zack schon bekommt ihr den erfolg auf den billigen plätzen reagiert auf die geschichten von lehren sucher joe den dud den pandaren werdet ihr finden vor den höhlen der zeit und erzählt dann verschiedenste geschichten aus der historie von ww ihr könnt darauf reagieren macht das und ihr bekommt den erfolg ein original besiegt mindestens einen der folgenden weltbosse während des jubiläums von ww azuregos leton terra lord kazakh smaris und isondre das ist tatsächlich ebenfalls nicht allzu schwierig wenn ihr auf den erfolg klickt und dann auf die einzelnen npcs könnt ihr euch angucken wo die sich befinden isondre ist beispielsweise dann in feralas smaris findet ihr im dämmerwald wir haben lord kazakh der befindet sich dann hier in den verwüsteten landen wir haben terra der ist im eschenthal genau leton befindet sich im hinterland und zu guter letzt haben wir noch azuregos den findet ihr in aschara also für horde spieler ist azuregos wahrscheinlich der boss der am einfachsten erreichbar ist allianz spieler von sturmwind aus haben eigentlich mehrere um sich rum dann ein torbrecher besiegt mindestens einen der folgenden weltbosse während des jubiläums von ww verdammniswandler schades zorns archa won der steinwächter das ist sogar noch einfacher die findet ihr alle drei in tanaris die wuseln darum einfach irgendeinen von den klatschen zack gehört der erfolg euch und zu guter letzt kodex redakteur an kirai schließt das szenario chromis kodex ab das ist eine questline die bei chromi beginnt und ihr müsst das halt einfach durchspielen und dann gehört auch hier der erfolg euch alles in allem wenn es wirklich einfach zu erledigen der erfolge also nichts was jetzt super schwierig und zeitaufwendig wäre manchmal müsst ihr ja gucken wie mit dem modekritiker oder das haustier event das findet nicht immer statt also nicht rund um die uhr aber ich würde sagen dass es auch so ziemlich der größte größte knackpunkt rest oder es ist nicht immer ein world boss up aber das ist nichts wo man stundenlang farmen muss deswegen alles sehr sehr gut kann man denke ich in 1-2 stunden wenn überhaupt erledigen und dann gehört das mount euch damit wünsche ich euch viel viel spaß viel erfolg beim nachmachen viel spaß mit dem mount bis dahin habt eine gute zeit und reingehauen